Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen! Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir hier das Grab geprüftelt. Gut. Haben auch ein paar Sachen zusammengesammelt. Wie wir so konnten. Du siehst ein bisschen angeschadet aus, was nicht so gut ist. Ist etwas nicht in Ordnung? Äh... Kleine Heilung. Vita Mortis Pariaia! Vita Mortis! Du kannst ja wahrscheinlich noch keinen. Nein, du auch nicht. Kann ich helfen? So, Sicherheitsverbot noch mal. Ja, einverstanden. Jawohl! Du hast noch ein bisschen Platz. Pass mal auf! Guck mal, liegt da noch ein Zweihänder? Ja. Ein Zweihändiges Schwert und... ...noch ein Zweihändiges. Ah, Bastardschwert. Sag, was es soll geschehen! Gut. Du hast noch ein bisschen Platz und kannst noch ein bisschen was tragen. Du bist schon am Limit. Und du hättest auch noch gegebenenfalls ein bisschen Platz. Ja, den... Kann ich... wird erledigt. Den Rest... ...wenn wir eigentlich liegen lassen, oder? Außer da wäre noch... Naja, okay, das Bastardschwert. Genau, so einer dabei. Dein Befehl. Gut, das heißt, wir können hier jetzt dann... ...hier in die nächste Ebene runtergehen. Weiter! Die erste Ebene haben wir komplett. Und ja, das... Wie gesagt, das mag ich so an diesen... ...Spielen. Also, heißt mit Day by Duskate. Wenn man dann sich die Karte anguckt, wie... ...schön... ...sauber und rund das aussieht. Also, da fühlen sich die Dungeons richtig wie Dungeons an. Also, man kriegt da auch richtig ein Gefühl dafür, dass man in einem Dungeon ist. Der auch richtig geplant ist und einzigartig ist. Okay, dahinter hört sich's nicht schön an. Ja, weiter! Was? Wenn es dein Wunsch ist? Dann werden wir mal scouten gehen. Wenn wir dürfen. Also. Okay. Ja, ich bin jetzt mal so dreist. Was? Wenn es sein muss? Okay, die Falle, die kann man nur auslösen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Was ist, wenn es dein Wunsch ist? Ich schlag dich in den Stecker! Wenigstens kriegen wir Erfahrung dadurch. Okay. Ich wollte gerade sagen, wovor steckst du nicht hier die ganze Zeit? Was? 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 Oh, ein Magier-Skelett und... Ja. Dieses Bein ist halt so zerschlissen und da ist ein Hebel auf jeden Fall. Den können wir uns sogar anzeigen lassen. Verwärts! Okay. Verwärts! Nur ein Skelett Ich höre So soll es geschehen So ein Schattenverstecken ist gelungen Durchdrungener, düster, schrecken Skelettbruch schützen Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwehrt! Okay Was? Ist das alles? Schattenverstecken ist wieder gelungen Dein Befehl? Vorwärts zum Sieg! Gewiss! Kommt her, wenn ihr euch traut! Was ist los? In Ordnung Bist du noch unsicht? Okay, du warst unsichtbar Gut, dann bist du es gleich hoffentlich wieder Ich höre Woran hast du gedacht? In Ordnung Stirb now Sag, was du mögen Die Götter will schützen Okay Ich höre Mit Vergnügen Wie kann ich helfen? Sofort Was? Ist das alles? Bereit zu neuen Tagen? Verstanden Zwei Handschwerter Wurffeile Das warst du Ja, das sind noch ein paar Hammerwurfffeile Und den haben wir da ja schon welche Was ist los? Wenn es sein muss So, im Schattenverstecken ist gelungen Die Türen, die müssten doch eigentlich zu sein Ja Okay Der will uns immer noch nicht Das war nicht das, was ich geplant hatte Dein Befehl In Ordnung Ja Es soll geschehen Ist etwas nicht in Ordnung? Sofort Worum hat In Ordnung Sag, was du von mir willst Woran hast du gedacht? Wenn es dein Wunsch ist? Werde Zeugen wahrer Macht Okay Okay, das mit der stinkenden Verwalt Jetzt ist gerade Wirklich unpraktisch Ich höre Wenn es sein muss Wie kann ich helfen? Was? Ich tue es Eigentlich ist es die ganze Zeit Mein Ziel Das Bliskin Nicht anzulocken Ich werde dich töten Ich werde dich töten Okay Jetzt hat es Rüstung gewöhnt Kommt es jetzt? Mit dem Magier Skelett Möchte ich Wie ich jetzt Nicht unbedingt Äh Ich werde dich töten Au Okay Das war ein Säurepfeil Wie kann ich am besten Zu Diensten sein? Säurepfeil Der vor allem übel Schaden macht Was ist los? Ich tue es Ich möchte halt nicht Die gesamte Gegner Truppe da haben Äh Brauchst du mich? Vita Mortis In Ordnung Dein Befehl In Ordnung Ja Na ist gut Ich könnte ihn selber Mit Säurepfeilen Beschießen Ach ja Sie ist bezaubert Selang sie uns Nicht angreift Ist alles gut Ich hoffe einfach mal Dass ich die Also gut Sagen wir so Das Schlimmste Die stinkende Wolke Hat er ja jetzt schon mal Verbraten Ja Gewiss Ja dieses Banner ist alt Und zerschlissen Und sie ist wieder normal Sag was du von mir Gewiss Das heißt wir gehen jetzt selber zum Großangriff über Ich werde tun was ich kann Sicher So Jawohl Wie kann ich helfen? Dein Befehl Haben wir noch ein Hand auflegen? Ja Kann ich helfen? Ja Vorwärts Wie lautet deine Aufgabe? Woran hast du soll es geschehen? Spür meine Stelle deine Klinge Brauchst du mich? Gern geschehen Immer bereit Sag was du von mir willst Ich werde schwer erwischt Ja? Okay das ist nicht so Verstanden Noch eins hat es zu locken Ist auch nicht so gut Also Hagrim steckt es eigentlich Zulich locker weg Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Okay wir müssen glaube ich Noch ein bisschen mehr zaubern Ich höre Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich helfen? Wacht, wacht, wacht Wacht, wacht Wacht, wacht Wacht So jetzt sollten wir etwas stärker sein Ich bin hier Kommt her, wenn ihr euch traut Brauchst du mich? Dein Befehl? Gewiss Okay, gut Jetzt heißt es zurückziehen Erst einmal So kommt So kommt Bis dann So kommt Vielen Dank.